Anderes Wort für kacken. Mal richtig kacken. Stimmt, stimmt. Ey, ja was ist denn hier? Oh, oh ist der groß oder was? Hat Bram auch reingemacht. Oh, jetzt mal richtig abkacken oder so weit. Und mal richtig kacken zählt nicht oder was? Anderes Wort für kacken ist bei dir kacken? Mal richtig kacken. Ja, aber dein mit ein O. Als wir das Wort mit O hatten. Oh, ist der groß oder so was? Lass mal heute her. In time for salt. Lass mal heute nicht Tennis spielen gehen. Ja, aber dafür gehen wir richtig Tennis spielen. Ne, das finde ich nicht fair. Alles gleich, klicke ich alle, alle Fuß und was auch immer weg. Schell fühlt sich wieder unverhandelt. Ja, fühle ich auch. Oh, shit. Was ist dein I-Ding, Alter? Ja, was ist ein I-Ding? Wenn O ist der groß zählt, das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. I-Ding? Fickt euch. Fuck you. Ohne Spaß. Hör mal am Arsch lecken. Irland gibt es nicht. Ismael. Wer ist denn Ismael? Ismael, Junge. Der Typ aus, äh... Ismael. Also es gibt Ismael mit sieben Ambulanten. Willst du nicht verarschen? Wir haben die Videos hochgelassen. Aber Irland gibt es nicht oder was weiß ich. Das ist ein Scheißland. Ismael. 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 Da fühlst du dich wieder unfair behandelt. Ne, das ist total lächerlich, dass es Irland nicht gibt. Aber Ismael. Ja, weil Irland nur auf Deutsch Irland ist, Mann. Ja, Ireland. Ach, scheiße, hab ich mir versprochen. Das lockt der Eier, Junge. Hier, es gibt Ireland. Ich hab mich verschrieben, wir haben eh zu viel nicht. Hey. Ja, das wäre dann Englisch, Johnny. Das ist ein Eigenname. Ireland ist ein Eigenname. Hango. Ireland ist ein Eigenname. Hango. Wo kannst du aber das zu sagen, bitte? Der hat ein Video aufgeladen, das heißt Hello, Scott. Da kann ich noch nichts mehr, wenn der Ireland ist. Ich hab mich verschrieben. Ich will nicht genau zu reden. Hallo. Ireland, Alter. Das ist unfair. Das ist einfach unfair. Ich kann mich nicht konzentrieren. Irgendwas Nettes. Igelfreund. Genau, weißt du. Ich liebe dich. Was ist denn Indie-Entwickler? Indie-Entwickler ist kein Kompliment. Ach so, also alle Indie-Entwickler seid Spassies. Alles klar. Ja genau, das ist der Umkehrschluss. Alle Indie-Entwickler sind Spassies. Indie-Spieler, Alter. Ihr seid alles Playmobil-Spieler, weil ihr meine fairen Sachen wegdrückt. Können mich mal am Arsch lecken. Indie-Entwickler ist doch kein Kompliment. Ja ohne Spaß. Geh mal zu ihr und sag, die sind Indie-Entwickler, wenn ihr was anderes erzählen. Ja richtig. Ist ganz schön aua. Warte, etwas was weh tut, ist ganz schön aua. Ist ganz schön aua. Das ist ein Fetisch, wenn das jemand gehalten wird. Das ist ja die Nieverbrennung für einen Fetisch, Alter. Das ist der ganze Name. Erster gewinnt vom Lotto. Erster kommt vom Lotto, gewinnt Dorsch einen Großen. Dorsch einen Großen. Ich hätte gerne einen Dorsch. Einen Großen. Ja? Wie sagst du nicht? Einfach Dorsch geschrieben. Ich hätte gerne Dorsch einen Großen. Ja Dorsch. Einen Großen. Was ist Julian wo man kommen zwischen? Ja Rechtschreibfehler haben wir gesagt sind nicht so wichtig. Das ist ja ein kleiner Grammatikfehler. Dorsch einen Großen. Was ist das denn? Ich wollte unbedingt sagen, dass ich einen großen Dorsch haben will. Dann würdest du ja keinen kleinen Dorsch kaufen. Nee, genau. Ich hab kurz drüber nachgedacht, ob man nicht auch blau sein soll. Okay, was ganz Teures. Ja, und dann um Christians zu eiern. Alter, was zur Hölle, Bram. Und dann jemanden, der einen langen Roman schreibt, um Christians zu eiern. Hahaha. 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 Okay, Vaginal ist eine Annal-Oberhaupt. Annal-Oberhaupt ist kein Vaginal-Oberhaupt. Ja klar, über dir drüber. Hallo, Annal-Ober dem Anal. Never ever ist Annal-Oberhaupt ein Verdiener. Die Perspektive zum Arschloch zählt auch nicht, dann leck mich doch. Ja, da kommt jetzt so eine Trotz-Reaktion, kann ja auch nicht führen. Ja, aber Annal-Oberhaupt, warum denn nicht Annal-Oberhaupt? Das thront überm Anal. Überm Argus. Das ist doch voll die Perspektive, weißt du, wenn die Frau sich umdreht, dann thront es nicht mehr über dem Anal. Ja, dann ist es halt das Anal-Unterhaupt in dem Sinne. Hahaha. Ja, das ist doch lächerlich, Mensch. Ja, das ist doch lächerlich. Das macht ihr extra nur, mich zu ärgern. Das macht ihr extra nur, mich zu ärgern. Doch, das macht ihr extra nur, mich zu ärgern. So. Alter, das ist Annal-Oberhaupt. Wieso hast du denn jetzt nochmal weggeklickt, Jay? Der klickt gerade alles weg. Der klickt gerade alles weg, der ist wieder salty. Alles klar. Weil Annal-Oberhaupt, Alter, so gut. Okay, pass auf, ich geb dir die Chance, ich google da kurz nach, ja? Das zählt nicht. Ne, hier zählt auch nicht. Annal-Oberhaupt. Alter, Google findet nicht mal einen Treffer, wenn man Annal-Oberhaupt eintippt. Das Wort existiert gar nicht. So. Hörst du die Argumente dagegen, Bram? Der kann ja auch nix tun. So, Arm an Uhr. Sandra ist jetzt komplett rausgenommen. Oh, was ist denn jetzt komplett raus? Ja, der hat es auch gemeint, hat er auch gemacht. Ja, du bist dann hier, Auge um Auge, weißt du, der Klüger hält auch die andere Wange hängen oder so. Ja. Der Klüger hält die andere Wange hängen. So, Jay kennt einfach keinen Punkt. Jay wird dann wieder ungerecht behandelt. So, dann wird die Folge wieder. Das ist ja eh die letzte Runde gewesen. Yay! Aber ohne Spaß, Jay. Ein Annal-Oberhaupt gibt's nicht mal bei Google. Wenn du das nicht sollte gewesen wärst, dann hättest du vielleicht doch den zweiten Platz gekriegt. Aber einfach nur alle Leute wegschrechen. Es wurden keine mit ihrer Suchanfrage. Einmal überhaupt übereinstimmende Dokumente gefunden. Im ganzen Internet. Ja, also echt mal. Weißt du, das ganze Internet. Da kann man doch jetzt echt nicht salty sein, weil das ganze Internet dein Wort nicht kennt. Da kriegt er sogar ich eigentlich. Ja, ich hab da schon mal die Runde weggefallen. Ja, ich hab da schon gesehen. Ich hab da schon mal die Runde aus dem Sette gekickt. Deine Mutter hatte ich gesehen. Drei Mal hat sich die Runde weggefallen. Ich hab da schon gesehen. Habt ihr gern den restlichen Runde aus dem Sette gekickt? Ich hab das schon gesehen, wie du die Roten weggefallen hast. Bis zum nächsten Mal.